Ja, hallo und schlöchentlich meine lieben Freunde und damit darf ich euch jetzt noch ein paar von Let's Play Crash Bandicoot Instant Trilogy, Crash Bandicoot 2 begrüßen. Wir spielen das nächste Level Beer Down, eigentlich wollte ich das mit Coco spielen, darf ich aber nicht, muss ich mit Crash spielen. Ähm, das ist glaube ich ein weiteres Bärenlevel, ähm, das heißt wieder Spaß mit Kisten und ja, warte mal, da oben war keine Kiste, die ich jetzt übersehen habe. Ich bin ganz ehrlich, ich traue diesem Level nicht, ich habe Angst, dass ich jetzt zu vorschnell da runtergelaufen bin, und dass da oben irgendeine Kiste, weil ich noch brauche und das wäre so hart ab, weil deshalb gucke ich da jetzt nach. I was walking in the way. Jetzt habe ich gerade irgendwie ein Ohm von Stranger in Moskau von Michael Jackson. Gut, das liegt, hört euch mal an, hört euch gerne rein, Michael Jackson ist toll, Penetron ist toll, alles tolle Menschen, Musik, Menschen, okay, da war nichts gut. Sicher ist sicher, Leute, okay. Wieder schön langsam und gechillt, das schaffen wir dieses Mal besser als beim letzten Mal. Einfach nicht zu schnell, hier müssen wir wahrscheinlich Gas geben, ja, 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 ja. Nicht zu schnell, hey, sie müssen selber boosten, muss. Wie fahren wir das mit dem Boosten, Kreis oder Vierk, ja, wenn wir, werden wir dann wohl sehen. Logischerweise, ich glaube Kreis, ne. Okay, aber immer schön langsam und beruhigt. Keine Heptik. Es ist alles gut, muss ich, Michael muss ich wahrscheinlich wieder boosten, ne. Ja, wir werden auf jeden Fall einmal Game Over gehen, denke ich. Hm. Hm, diese Level, hm. Hm. Wir sind einfach auf ihm gelandet. Okay, also. Ich meine, klar, du musst diese Level ja zuerst erforschen, davor kannst du nicht wissen, was du tun musst, ne. Zu meiner Verteidigung, wenn ich hier jetzt ein paar Mal sterbe. Ja, hier muss man definitiv boosten. Ich meine, woher soll man das davor auch wissen? Buh, checkpoint. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Gut, 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 gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Oh, fuck, hätte ich boosten müssen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was tue ich? Wieso tue ich Dinge, die ich schaffe? Hilfe. Okay, hier müssen wir drüber springen, definitiv. Da auf der rechten Seite. Okay, ich weiß gerade nicht, warum ich hier gerade so unglaublich bosshaft... Als ob dieser mich mit einem Millimeter getroffen hat. Okay, aber wenn das hier, wie es gerade eben gelaufen ist, nochmal läuft, dann hätte ich absolut nichts dagegen. Okay. Aber wir sind hier nochmal, da war der Kristall, ne. Okay, dieses Mal, genau. Gut, nächster Checkpoint. I like. Ich hab jetzt gedacht, die gehen noch hoch. Haben sie nicht. Das bleibt aber hier unten, ne. Wenn die jetzt hochgegangen wären, das ja fies gewesen. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha! Mittlerweile kenn ich die Tricks von... Ah, ich hätte nicht direkt nach rechts zur Kiste sollen. Okay. Okay. K-D-K. Okay. 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 K-D-K. Okay. Okay, gut. Gut, 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 gut. Hätte ich boosten müssen, ich wusste es doch. Ah, nein. Nein, komm, das schaffen wir. Komm, das schaffen wir ohne Game Over. Komm, please, Spiel. Please. 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 Okay. Checkpoint, bitte. Geht hoch. Oh, schnell. Wir haben's. Wir haben's. Bin ich etwas zu euphorisch? Ja, wir müssen das gleich nochmal machen, weil da gab's ja mal eine Kleinigkeit, die brauchen wir. Was ist es? Wir müssen es auf jeden Fall nicht. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Na, 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 und Crash kannst alles rauf. Crash kannst alles rauf. Crash kannst alles rauf. Crash hat, Crash hat. Ja, komm, wir können auch eh nicht mehr gucken. Ich spiel'm auf- Benjamin unter der Herzen. Dankeschön, tschüss. Lalalalalalalalalala. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Mein Harz blöker Geldum. Und dann guck mal, wer ein Typ auf Spock geschrieben hat. Von meinem Abendspiel. nein, er hat zwar gekauft, aber hat noch nicht geschrieben, wie er bezahlen will oder sonst was. Toll! Toll. Gut. Diesmal können wir, ja, ich würde sagen, wir können ein bisschen Gas geben, aber lieber nicht, lieber ruhig und gelassen, und ja. Warum denn Gas geben? Nein, wir müssen uns jetzt nicht mehr auf konzentrieren Kisten zu bekommen, dass es schon mal ganz gut oh Gott. Hier mussten wir, glaube ich, pusten, ne? Ja. Natürlich habe ich auch nicht so, wie es da ging, wenn wir die Kisten eben schon bekommen, weil da sind Äpfel und so zerstört und die geben dann eventuell wieder Leben und, ne? Why not, I guess? Du, ihr geht hoch, ne? Okay. Boah 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 wow 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 Boah! Wisst ihr wie hoch der gerade war? Holy moly. Ich rückte eure Nase. Das ist nicht so praktisch was du in meinem Level nicht anhalten kannst wisst ihr? Ja eben!en wo wässt... Ich wasser, ich wusste ich hätt's nicht tun sollen. Prost! Aber ich dachte, mein Namos organize als das Video-Game sticks teье Jessie! Naja das ist nichts mehr so, als Video-Games ver accumuliert! okay Chill mal ein bisschen. Ich hab keinmal von vorne machen müssen. Auf Deutsch. Einmal springen. Nochmal springen. Danke. Aber wir kriegen ja hier dementsprechend noch wieder neue Leben, von denen wir passt. Ihr seid echt fies, wisst ihr. Das ist echt... Oh Gott! Halt, die bleiben unten. Okay, doch die gehen. Hoppa! Vater. Nein, ist egal, aber trotzdem. Vater. Screw you, Mac... Mac... MacGuffett! Was MacGuffett? MacGuffett ist aus... Oh Gott, schnell. Gravity Falls. So! Und zwar seht ihr das da, die Platten? Die sind nicht am Thumbstar, Leute. Die sind nicht am Thumbstar. Die dürfen das hier nur nicht verkacken. Ich hab das noch nie gemacht. Okay, wir gehen auf die andere. Aber ich schaff das schon. Ja. Ich hab das noch nie gemacht, ne? Deshalb gucken wir, dass wir hier eventuell doch die Kisten kriegen und uns eventuell ein Leben sichern können. Ja, ich noch ein paar Versuche habe da hinten. Weil, wie gesagt, ich kann das sonst nicht. Ich hab das noch nie gemacht. Ich hatte Angst. Okay, also da, dann da, dann da. Das krieg ich ja wohl hin. Also, please. Komm schon. Das wird ja wohl möglich sein. Hier rauf, nämlich. Und dann ist das, uh, ein geheimer Warm-Ruhm. Again. Insel hüpfen. Ich hab versucht, eine Melodie zu machen, aber es ging nicht. Gut. Komm. Warm-Ruhm, bitte. Warm-Ruhm, Warm-Ruhm. Und zwar, Leute, müssen wir hier zurück in Air... Ja, wir können das gerne mit Coco spielen. Wir können jetzt auch wieder in Snow-Go gehen, aber es wäre dumm. Da können wir noch nicht gehen. Auf jeden Fall müssen wir... Okay, Totally. Wie gut ist es zu wissen, dass ich... Also. Dann werden wir zurück in Aircrash. Denn da, da brauchen wir noch einen Edelstein. Und den kriegen wir da. Aircrash. Eine Todesplattform. Ja, gut. Wir wollten... Wir brauchen... Ach ja, wir brauchen hier noch... Brauchen wir hier noch... Ja, wir brauchen hier noch alle, ähm... Edelsteine. Stimmt. 102 Stück, Leute. Ich glaube, damit können wir gut den restlichen Part filmen. Aber die Sache ist die... Okay, wir hätten hier auch normal hingehen können, um diese Leben zu bekommen. Aber ja. Was wäre denn danach gewesen? Also, wenn wir jetzt hier... Ach so, ja, ach, das waren ja solche... Ja, gut, okay. Ja, scheiße, die drei leben. Wir kriegen bestimmt noch so genügend. Und wenn wir Game Over gehen, wir starten ja eh... Wir starten schon in dem Level, oder? Hoffe ich mal. Geh mal davon aus. Okay, wie gesagt, immer schön langsam. Ich wollte gerade sagen, immer schön langsam. Und dann ist die Lust gespeedet wie fucking... Keine Ahnung wer. Wie Speedy Gonzales. Die Snack, die Mouth von Mexico. Speedy, bee! Speedy, boah! Okay, das ist noch jemand. Wahrscheinlich nicht, ist er zu jung. Ah, ich werde alt. La, 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 la. Ah, but I guess I'm over with that I'm getting old, you know? Angst. Angst! So much Angst! Okay. Das war der sogenannte Extra-Weg. Ähm... Hier kommen wir jetzt dann nämlich zum normalen Level L. Oder? Ne, wir sind ein bisschen weiter vorne. Aber ich glaube, da unten, das ist ja der Anfang. Da unten sind da keine Kisten. Ne, sind keine Kisten. Gut. Dann, ähm, lass das dann wieder nochmal normal spielen, weil... Brauchen wir dafür auch die Todesplattform? Weil, die kriegen wir jetzt schon nicht mehr. Ähm... Sind die in den Todesplattform Kisten gewesen im Todesweg? Ähm... Ich glaube, das checke ich mal eben. Ich glaube, nur Nitros, oder? Ich glaube, nur Nitros. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Oder vielleicht... Ich weiß nicht. Vielleicht kriegen wir sie doch, weil wir jetzt ja seit Beginn nicht gestorben. Wir schauen jetzt mal, ob sie da ist. Wenn sie da ist, schauen wir uns den Weg einfach an. Kostet ja nichts. Wir können ja dann einmal sterben. Wir haben ja aktuell ganz gut Leben. Ja, doch. Bin zufrieden damit. Ähm... Und ja, wenn sie nicht da ist... Was sie, glaube ich, nicht ist... Fuck. Okay, sie ist nicht da auf jeden, oder? Naja, jetzt ist sie auf jeden Fall nicht mehr da. Okay. Also... Mein Ergebnis... Todesplattform sind Kisten. Aber nur Nitro-Kisten. Also alles gut. Das heißt... Keine Probleme, denn die Nitro-Kisten exploten am Ende sowieso. Das heißt... Yeah. No problem about this. Dann müssen wir das hier machen. Oh. Wartet mal. Eben. Das ist das Synchron- und Professionalität. So. Okay. Bam. 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 Okay. Ich weiß noch nicht, warum wir das nochmal... Obwohl das ist... Ich wollte es gerade sagen. Ja, eben. Ich habe es schon gedacht. Obwohl das ist easy. Ich wusste, dass ich an diesem Stall jetzt sterben werde. Weil ich es gesagt habe. Nehme dieses Jinxen. Jinx! Ähm. Mir fällt gerade... Mir fällt gerade kein Spruch von Jinx aus. Ich muss unbedingt wieder Law spielen. Wisst ihr das? Ich muss unbedingt wieder Law spielen. See ya! Leute, ich muss wieder Law spielen. Okay. Ich muss es einfach wieder tun. Ich weiß aber nicht, wann er hat auch keine Zeit. Ich macht das полностью. Gut. Huh? Weee! Gut. Ja, ich weiß es nicht. Na, 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 na... Na, 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 na... So. Geh weg. What the? I actually didn't see that one coming. Geh einfach weg. Okay, passt das so? Ich glaube. Ja, sieht gut aus. Gut. Dort vorne gibt es ein AQ. AQ. IQ. IQ. Schneller! Oh Gott. Okay, das lässt man das erst machen. Wann doch so viele Äpfel um wie möglich. Nein, nicht Äpfel Wumpas. Sorry. Halt. Hier müssen wir zuerst den Weg gehen. Ja. Das hatte ich jetzt gerade fast vergessen. Fast vergessen, ey. Jetzt wieder zurück. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh! Perfekt. I am the Bia! Ich hasse Toad. But I'm still the best, you know. Also not Toad but me. Okay, dann sind wir noch hier die Pakis, die sammeln. Und dann? Ja, wie ihr seht, wir sind recht gut dabei. Müssen wir keine Nitro-Kisten? Okay, dann zählen die Nitro-Kisten aus. Aus dem Ding gar nicht. Aus dem Todesweg. Alright. Alright, alright, alright. Alright. Okay. Alright, okay. B.H. Bin A. Nur noch zwei Kisten. Alright. Okay. Alright, okay. Alright. Okay. Alright, okay. Okay. Ich dachte tatsächlich, dass die... Komm. Dass die... Ja? Nein. Ihr habt doch gesagt, ihr habt schon gegessen. Komm, hörst du mir nie zu. Hey, wo hat die Türze gemacht? Ähm. Ja. Ich dachte, dass die Nitro-Kisten aus dem... Ähm. Aus dem Todesweg auch dazu sind. Aber tun sie nicht. Okay. Habt nichts dagegen. Leute. Damit haben wir Rock'n 2 pro komplett. Geil, oder? Macht ein Tanz, Coco. Ja. Ja. Wie wir sehen. Snorbes haben wir alles. Aircrash haben wir alles. Beard haben wir alles. Crashers haben wir alles. Und auch Dill-Dill haben wir alles. Sehr schön. Sehr schön. 100% in Rock'n 2. Das ist sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, Plan von der Welt auch komplett. Das würde Leute auch schon wieder. Dann auch so. Dann. Road to Run. What is this? Ovo, what's this? Ovo. Klare Edelsteine tauchen auf den Ende von Todes. Ah. Das heißt, es gibt Todeswäsch. Ist das nicht dieses Dunkelheitslevel? Yeah. Oh, D-Level. Okay. Hier gibt es auch noch einen geheimen Eingang. Das heißt, wir können hier, glaube ich, schon mal direkt nicht alle Kisten bekommen. Ähm, der Teils, wir können uns mal nur auf den Todesweg. Hi, du. Generell muss ich mich bei den Leuten ein bisschen konzentrieren, weil die nicht so einfach sind. Vor allem, wenn diese Teile hier mal losgehen. Aber wisst ihr, ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass das so Ratten waren im Original. Ich dachte, mir ist irgendwas anderes. Die Viecher hier sind... What the fuck? Warum ist das... Achso, weil ich Dingsbums habe. Okay. Eigentlich mag ich das gar nicht. Dreimal Hutuga. Bei solchen Level. Weil ich spiele da manchmal extrem los und dann habe ich Angst um mein Leben. Ach, ja. Hey, wir sind schon da. Yeah. Todesweg. Todesweg. Wir sind schon... Okay. Dabei gibt es keine... Nee, gibt es keine Kisten. War der gerade? Ja, genau. Der wirftiert den da schon. Okay. Ich bin zwar gesprungen, aber hey. Vielleicht wäre das was klüger gewesen. Okay. Auf. Die bleiben ja da. Okay, gut. Wohl, das vibriert. Ich habe Angst, dass das runterfällt. Okay. Wirft deinen Scheiß. Nein. Ich war so mega künstlerisch, der Verlust und dann tot. Menno. Ich habe Kreis... Ja, okay. Ich habe auch echt lange gebraucht, um Kreis zu drücken. I admired that maybe I was. I was a little bit... Oh, fuck. Ey, Alter. Nee. Fuck mich nicht abspiel. Weil ich gerade so ein Lauf. fuck mich jetzt nicht mit diesen Drecksgegeln ab, die ich hasse. Nein. Hat nicht zu weit... Oh, gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Mach deinen Foi, Foi. Nein. Okay. Ein weiteres Mal ohne Akku. 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 Takatako. Takato. Da rein. Okay. Wir sehen da hinten schon einen Niedelstein. Ich glaube, es gibt irgendeinen Trick, wie du den anders holen kannst. Das habe ich mal in einem Speedrun gesehen, aber... Ich kenne diesen Trick leider nicht, Leute. Tut mir leid, das zu sagen, aber... Ich bin kein Speedrunner von dem Game. Was? Ich stand doch daneben. What the fuck? Ich habe keinen Bock auf diesen Drecksaffen, der ist so scheiße, der Affe, er ist scheiße. Okay. Sag ich... Ich gehe jetzt so weit rüber wie möglich, ey. Ich weiß nicht, wie du hast du durch die Sankt. Mann! Ja, danke. Er hat mal verschwendet. Geilo! Okay, ernsthaft. Das wäre es jetzt langsam genug mit diesem Affen da hinten. Ich habe genug von dem Affentheater. Mann, irgendwie muss ich meine Traurigkeit und Wut ja überspielen. Ja, komm! Was denn? Entweder zu weit... Oh! Noch zwei Leben. Toll. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie wir Game Over gehen. Fuck doch mein Life, Alter. Fuck doch mein Life. Nein. Nicht Akku, Akku jetzt. So, jetzt haben wir ihn jetzt. Halleluja. Und ein One-Up. Halleluja. Ich will eigentlich nicht so lange überziehen, okay? Ich möchte nicht so lange überziehen. Ich hatte eigentlich vor, heute mal gar nicht so zu überziehen. Ich möchte, dass die Folge zu lang wird. Die letzten Folgen waren mir alle viel zu lang. Das hatte ich bei dieser eigentlich nicht vor. Dankeschön. Okay. Das hat ja vorher gut geklappt hier. Das ist ja auch nicht so schwer. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ansonsten war kackig. Okay. Oh, was ist denn da? Wie soll man das denn schaffen? Okay, vielleicht muss ich dann springen, wenn es auf dem Boden quasi ist und nicht in der Luft, you know? Also, dass ich nicht über den Abgrund darüber springe, sondern wenn es halt auf dem Boden ist. Gut, wir haben noch, also ich denke mal, wir haben noch insgesamt drei Leben, sage ich jetzt mal. Wir werden bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann, wenn wir jetzt noch zwei Mal sterben, nochmal ein One-Up. Ja, was zum Fick? Danke. Feisch. Hey, wir haben übrigens noch so und so viel Leben. Wir werden bis zu dem Zeitpunkt bestimmt nochmal ein One-Up bekommen. Also alles gut. Dünnster und Unimister-Truck-Ever-Spiel. Danke. Okay, dann haben wir... Komm, ey. Komm. Gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir warten. Ich hätte eventuell nur drauf gekonnt, aber... Gehe gerade lieber erstmal von Nummer sicher. Nummer sicher ist meine Lieblingsnummer. Valency 0800 4646 für Nummer sicher ist. Okay. Fuck you! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe nichts. I don't like... Wir haben ihn. Yes, 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 yes. So, und wie gesagt, wenn ich mich... Ich weiß nicht, ob es hier einen Extra-Eingang gibt. Den brauchten wir sowieso. Okay, warum gehe ich noch nicht los? Das ist mir egal. Ich habe nichts dagegen. Ich glaube, da hinten sind wir jetzt bald schon da, wo wir... Ja, genau, da sind wir eingestiegen. Da. Okay. Ich weiß es nicht genau, ob wir den Extra-Weg brauchen. Ich glaube, nämlich hier gibt es einen, aber wir machen das Level so einfach mal fertig. Komm, wir haben jetzt einen Checkpoint und alles. Und wir haben jetzt auch schon eine Gegner und alles. Und das ist doch schon mal ganz gut und erfreulich. So, Level weiter. Jetzt einfach nur in Ruhe, ohne große Komplikationen bis zum nächsten Checkpoint kommen. Mit ein bisschen Ruhe und Gelassenheit können wir auch wunderschön unseren Akku-Aku verlieren. Ganz wichtig, um dieses Level zu schaffen. Wir dürfen Akku-Aku so oft wie möglich verlieren. Komm, wir haben die Musik. Ja, wir dürfen zurücklaufen. Backtracking-Hype. Boom. Äh. Ach so. Das ist so ein bisschen Troll. So ein bisschen unnötiges... Ruffel-Kopter-XD. Ja. Okay. Oh, das war es tatsächlich schon. Best and hardest Bonus-Level ever. Ich werde mit euch... Jetzt werde ich noch sterben, weil ich... Best und Hard und Blah... Okay, dann. Ich hätte es mir aber echt noch zugetraut, da zu sterben. Ich hätte es mir echt noch zugetraut. But well. Okay. 30 Kisten. Ich weiß nicht, ob wir das noch kriegen. Ich hoffe. Aber dahinten ist das Ende. Ich glaube nicht. Obwohl, es gab keinen... Nee, nee. Okay, nee. Da gibt es einen extra Eingang. Ich weiß auch, wo der... Nee. Ich weiß nicht, wo das ist, aber ich weiß, dass es... Also, er ist im Bonus-Check. Oh Gott. Sind das genauso schlimme Affen wie damals in Crash 1? Ich hoffe nicht. Ah, ja. Okay. Gut. Gut. Das heißt, hier gibt es einen extra Eingang. Das habe ich nämlich schon gesehen, weil in meinem Warp-Room... Habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, das Level war das, was so hieß. Wie dieses. Und, ähm, ja. Das heißt, dann müssen wir wieder durch ein anderes Level rein. Durch welches Level wieder rein müssen? Weiß ich noch nicht. Nee, ich weiß noch nicht. Das werde ich noch googeln. Ähm. Und ja. Ich würde sagen, wir sind doch jetzt mega gut weit gekommen. Wir haben... Ja, wir doch. Doch, wir haben jetzt Wochen 2 abgeschlossen. Wir haben Beardown komplett. Und wir haben jetzt Road2Run schon die zwei Sachen, die wir jetzt holen können. Alter, was für ertragreiche Folgen. Nice. Mega nice. Koko, ja, tanzen ist gut. Die Folge ist ja schon zu lange. Ja, Beardown haben wir uns zu. Oh, Leute. Nee, so, Leute, weil letzte Folge stimmt. Stimmt, stimmt. Die habe ich mir jetzt auch schon aufgenommen. Gut. Dann will ich aber sagen, nach dieser extrem erfolgreichen Aufnahme, für mich, will ich sagen, wenn euch die Folgen gefallen sind, daumen nach oben, kommentieren. Dann aber freundlich zu anderen Projekten und zu meinem Hauptkanal in der Endcard. Social-Me-Line ist in der Beschreibung. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was geht es denn da noch zu sagen? Außer Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.